Zwischen dem Zollerdamm und dem Rhein-Krönturm ist die linke Spur nach einem Unfall gesperrt. Die Räumungsarbeiten dauern vermutlich noch bis heute Nachmittag an. Auf den Umfahrungen müssen die mindestens 30 Minuten mehr Zeit entlasten. Kreuzberg. Auf der Hermannstraße sind Richtung Dritt zwischen Berberlinstraße und Silbersteinstraße alle Unfallstände rum. Es gibt also keine Verkehrsbehinderungen mehr. Im Baumschulweg und zwischen der Südortallee und der Ritzdorfer Straße in beiden Richtungen die Ampelanlagen außer Betrieb. Zwischen Messedamm und Sophie-Charlottestraße ist in beiden Richtungen eine Baustelle, die durch den Fahrbahn auf drei K-Streifen verengt wurde. Aufgrund des Voramts der Lessingers besteht erhöhte Staubefahr im Bereich der Gulinärstraße. Da mit sehr großem Anrag gerechnet wird, bitten wir Sie, auf das Auto zu verzichten und auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückzugreifen. Und nun zum Wetter. Im Norden. Kein Sonnensprall liegt durch die dichte Wolkenecke. Während des Tages bis zu 5 Grad in der Nacht minus 2 Grad. Der Wind weht mäßig aus der West-Südwest. Die ist auch im Westen. Die Sonne sieht man durch eine dichte Wolkenecke nur selten. Während des Tages bis zu 5 Grad in der Nacht minus 1 Grad. Es ist fast windstill, nur ein schwacher Wind weht aus Westen. Wir wünschen Ihnen eine weitere musikalische Fahrt. Applaus 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 Ich hasse nichts mehr, als mich zu verspäten. Die Sonne brennt und im Auto ist heiß. Ein Flugkonzert wie vor tausend Trombeten. Ich schlitzel dir nun, steh ich dir sicher. Oh, ich drehe schon der Stunde, hier soll keiner rum. Es kommen die Motoren, es fühlt in meiner Ton. Ich hüttel keine Frage, ich komm sie spitz und je verspäten. Es ist ein Kampfer und du trennst, ich muss weiter suchen. An jeder Ecke, da stehen Politenzen. Da waren die Pantern zum Sprung bereit. Ihr kannst nicht wagen, das kannst du vergessen. Applaus 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 Ich stehe ja schon der Stunde, hier soll keiner rum. Es kommen die Motoren, es tut in meinen Ohren. Ich hüttel keine Frage, ich guck sie spitz und je verspäten. Ich bin ein Kampfer, du trennst, ich muss weiter suchen. Aufhängt ab zu kochen und zu kochen, wir haben langsam gar nicht den Spaß geschätzt. Es ist nicht zu fassen, solch Automassen. Ich bin ein Kampfer, du trennst, ich bin zu dir. Oh, ich drehe schon der Stunde, hier soll keiner rum. Es kommen die Motoren, es wird in meinen Ohren. Ich hüttel keine Frage, ich bin zu spitz und je verspäten. Ich bin ein Kampfer, du trennst, ich bin zu spitz und je verspäten. Ich bin ein Kampfer, du trennst, ich bin zu spitz und je verspäten. Es kommen die Motoren, es tut in meinen Ohren. Ich hüttel keine Frage, ich bin zu spät und je verspäten. Es ist ein Kampfer, du trennst, ich bin zu spät und je verspäten. Es ist ein Kampfer, du trennst, ich bin zu spät und je verspäten. Ich bin zu spät und je verspäten.